Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Heute geht es weiter mit Life is a Parodie. Ist Life is Strange eine Parodie von Life is Strange? Macht voll Sinn, ne? Und ja, wir gucken mal rein. Steht auch sogar hier. Life is Strange. Übrigens, sehr geiles Spiel, kann ich jedem empfehlen. Boah, ich will es jetzt schon, wenn ich die Musik höre. Ich will es jetzt schon. Dass das Video wieder gesperrt wird. Sollte, dass sie wieder gesperrt werden. Ich werde jetzt einfach das machen. Ich werde einfach die Musik. Ne, ich werde einfach die Musik rausnehmen. Beim Rennlern, vom Rennlern. Also ihr hört jetzt keine Musik. Das ist Teil 2, ne? Ja. Fynn. Whatever. Do you wanna go together tomorrow? No way. I'd rather have my eyes gouged out with rusted forks. Alright, Chloe. We're on a freaking train with Rachel freaking Amber. Play it cool. It's nice Rachel we're having. What? I mean, weather. As a child... Do you want to ask me in addition to the idea? You really have to ask me if I was lucky as a child, I want to ask a teacher... There was a giant bubble. There were still a big box Poli-Lock puisque... We had a good place to go to our next place. We're heading to the bus at the bus and we went to the bus. The bus were going to go to the bus... da war ich mit freunden unterwegs und da konnte man auch rein springen habe ich mir so mal überlegt komm lass doch einfach mit dem zug fahren das problem ist einfach nur wenn man so drei vier schon mit dem zug fährt wie kommt man dann wieder zurück alter alles klar das war ich übrigens gerade ich muss drüber singen ich muss drüber singen ich hatte ja das feuer wird dadurch gelöscht das war voll witzig gewesen das ist die chloe eigentlich ich weiß jetzt schon ich müsste eigentlich alles hier alle länder müsste ich hier rausschneiden look at my face do i look cute or do i look like i'm going to kick your ass she's gone get out get out he's gone he's dead and he's not coming back get out today is a day for truth the talk to the world needs to know what happened and to know what he stands for that kind of power is very dangerous ich bin batman das batman gegen superman supermax bald geht's weiter fortsetzung folgt also ich muss sagen sehr sehr geile parodie das problem ist einfach nur dass ich gefühlt jedes lied rausschneiden muss und nicht einfach zu faul bin aber werde ich jetzt mal tun also wenn ihr wenn ihr immer ein video kurzweilig kein sound hat ist einfach da quatschen die nicht sondern ist einfach nur musik ja bisschen schade ich verstehe es aber auch nicht wieso sowas unter fair use zählt auch mit der musik aber wenn ich darauf eine reaction mache gut das fair use prinzip gibt es ja an sich in deutschland nicht so wie in amerika aber wenn ich darauf eine reaction mache wird alles gesperrt alles alles wenn alle deutschen kann nicht nur mein kanal werden alle deutsche kanäle gesperrt ja gut dann ist es halt so ich hoffe es hat euch gefallen bis zu uns definitiv dativ akusativ in der nächsten aufnahme ist dein haut rein und tschüss